Stress abbauen über die Ernährung? Ja, das geht. In diesem kurzen Video zeigen wir dir einmal die besten Lebensmittel, die du einnehmen kannst, um Stress und seine Auswirkungen auf den Körper zu reduzieren. Und ich würde auch sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei. Wir starten direkt rein mit dem ersten Lebensmittel, und zwar sind das Hefeflocken. Diese enthalten besonders viele B-Vitamine und sind eine natürliche Quelle. Und B-Vitamine helfen einfach auch dem Nervensystem, helfen bei der Beruhigung. Also das kann man zum Beispiel sehr gut auch benutzen als veganen Parmesan-Ersatz. Aber du kannst auch einfach so das einfach über einen Löffel zu dir nehmen, ohne dass du ein Gericht dazu hast. Also auf jeden Fall ein Top-Lebensmittel. Als nächstes wäre da Sellerie zu nennen. Sellerie ist auch mittlerweile sehr bekannt, dass es einfach sehr viele positive Effekte auf den Körper hat. Aber es hilft vor allem auch, um Stress im Körper zu reduzieren. Dann auch mittlerweile ein sehr bekanntes Trendgetränk, und zwar ist das Kombucha. Das ist fermentiert und hat auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften, die zum Beispiel auch auf die Darmflora abzielen. Also da könntest du vielleicht auch mal schauen, ob das was für dich wäre. Und dann auch oft überraschend sind eigentlich cholesterinhaltige Lebensmittel sehr gut, weil man muss sich halt vorstellen, dass das Cortisol, also das Langzeit-Stresshormon im Körper, wird aus Cholesterin gebildet. Das heißt, es braucht auch diesen Baustoff. Und das ist natürlich bekanntermaßen enthalten in Eigelb. Eigelb hat auch nochmal den Vorteil, dass es viele der fettlöslichen Vitamine enthält und einfach gesunde Fettsäuren. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Variante für dich, um einfach beim Stressabbau zu helfen. Dann würde man auch Butter dazu zählen. Das enthält auch relativ viel Cholesterin. Und Pekanusskerne. Und dann wäre auch nochmal zu erwähnen, saisonabhängig Spargel. Dieser enthält sehr viel Vitamin B1, was wir ja eben schon gehört haben. Das ist sehr gut für dein Nervensystem. Dann nochmal als Bonus-Tipps. Welche Lebensmittel solltest du denn vor allem vermeiden, wenn du sehr viel Stress hast? Weil diese das im Grunde nochmal potenzieren. Da wäre auf jeden Fall zu vermeiden, dass du eine Low-Fat-Diät machst, also wenig Fett nur zu dir nimmst. Fette sind, wie wir es ja eben schon gehört haben, Cholesterin würde man ja quasi zum Fettstoffwechsel dazuzählen. Wichtige Baustoffe für eine gesunde Funktion des Stresshormons, aber auch des Nervensystems. Also guck, dass du gesunde Fette zu dir nimmst. Vermeiden hingegen solltest du Zucker. Vor allem industriell verarbeiteten Zucker. Denn wenn du sehr viel zuckerhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, dann verbraucht das vermehrt Nährstoffe und vor allem auch hier wieder die B-Vitamine. Auch nicht gut sind verarbeitete Getreideprodukte, Alkohol, exzessiver Kaffeekonsum und stärkehaltige Lebensmittel, zum Beispiel Reis oder Kartoffeln. So, hoffentlich war das mal ein interessanter Ansatz für dich, um mit dem Thema Stress umzugehen und vielleicht über deine Ernährung auch da eine Verbesserung zu erzielen. Schreib doch mal in die Kommentare, welche Lebensmittel du vielleicht für dich mal ausprobieren möchtest oder welche du jetzt in Zukunft vermeiden möchtest. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, falls dir diese Inhalte gefallen, dann freuen wir uns riesig über ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.